Der Zusammenhalt in einem Team ist für mich das Wichtigste. Frage 2. Was war dein bisher bestes Spiel? Mein bisher bestes Spiel war in der Europa League gegen Anderlecht, denke ich. Frage 3. Was war deine bisher größte Leistung? Meine bisher größte Leistung war einfach, dass ich nach meinen Verletzungen immer wieder zurückgekommen bin. Frage 4. Was wärst du geworden, wenn du kein Fußballer wärst? Das wäre eine gute Frage. Wahrscheinlich wäre ich studieren gegangen, vielleicht Medizin. Frage 5. Was machst du an einem freien Tag? Relaxen mit meiner Freundin oder mit Freunden. Frage 6. Wo wärst du gerne in 5 Jahren? In 5 Jahren wäre ich gerne immer nur Fußballprofi. Frage 7. Was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm ist Herdränge. Frage 8. Bist du Fan einer Band, Musikrichtung, Comedian etc., wenn ja, welche? Ich würde eigentlich alles quer durch den Gemüsegarten. Frage 9. Wie würden dich andere Menschen beschreiben? Positiv, denke ich. Frage 10. Was ist dein liebstes Urlaubsreiseziel? Ich reise allgemein sehr gerne und lerne immer wieder neue Flecken gerne kennen. Frage 10. Was España macht also auf